Hallo liebe YouTuber, ich stehe hier in Bad Pimont an der Wandelhalle und ich werde jetzt gleich da hineingehen. Das Ganze nennt sich auch der Hillige Born. Hallo, da bin ich wieder und zwar stehe ich hier gerade vom Hotel Steigenberger, wo unsere Frau Bundeskanzlerin Merkel schon mal abgestiegen ist und diverse andere Größen. Jetzt sind wir hier an der Dunsthöhle und ich rede gleich einfach mal weiter. Ich zeige euch das mal, die ist hier in Bad Pimont. Das Wetter ist sehr schön heute, kein Wind, angenehme Temperaturen von 11-12 Grad, leichte Sonne mit ein paar Wolken davor. Das ist eigentlich ideal. Was ich euch jetzt schon sagen kann, leider kann man nicht viel sehen, da hier zugeschlossen ist. Ihr könnt das jetzt hier sehen. So, und jetzt zeige ich euch nochmal von hier aus. Moment. So, ne das Ganze nochmal. Da seht ihr nochmal. Und hier dieser weiße Balken an der Seite, da sind die CO2 Melder. Da kann man dann halt erkennen, wie hoch der CO2 Oxid, ne Kohlenstoffdioxid Stand ist. So. So, jetzt gehe ich hier aber wieder weg. Das ist mir jetzt gerade. So, hier habt ihr nochmal eine Schautafel. Hier ist noch ein bisschen Text. Das ist jetzt die Dunsthöhle. Ich lese euch das jetzt nicht vor, weil ich bin gerade ein wenig aus der Puste. So, jetzt bin ich hier an einem Gebäude. Da ist jetzt ein Restaurant-Café drin und eine Apotheke. Ne, ein Reformhaus. Da zeige ich euch mal was. Moment, nochmal zurück. So, und das ist hier die Klinik, wo ich einquartiert bin. Das ist die Klinik Brunswick. Die Klinik gehört zur Rentenversicherung, zur LVA. Ja, da bin ich, das wollte ich euch noch mal kurz mitteilen. Raucherecke. Hier stehe ich dann immer, wenn ich rauchen muss. Ja, ab jetzt bin ich. Einen. Die Klinik. Da ist es nicht so, dass wir mal kurz, wenn es ist, wir mal kurz mal kurz. Ja, es sieht. Drei mal kurz. Da heißt des St滿enversicherung. Vielen Dank.